Für die meisten Menschen ist also tatsächlich die Zelle die kleinste Einheit und was unterhalb der Zelle kommen, die Organellen, also die kleinen Bestandteile der Zelle, die sind eigentlich nicht am Schirm. So dass ich meine, mein Beginn eigentlich bei der Therapie ist es den Leuten erstmal zu erklären, was ist eine Zelle, wie sieht eine Zelle aus, was ist in der Zelle drin, was gibt es da alles und dann kommen wir auf die Mitochondrien. Und wenn sie dann wissen, dass dort die Mitochondrien für die Energie zuständig sind, für das Immunsystem, für den Wärmehaushalt, dann fangen sie an zu verstehen, dass die eigentlich eine ganz, ganz wichtige Funktion haben. So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Flowgrade-Show. Heute habe ich einen alten Bekannten in der Flowgrade-Welt, der bereits beim Flowfest-Sprecher war, der schon mal im Podcast war und mit dem ich immer wahnsinnig gern mich austausche. Wir hätten allein das Vorgespräch jetzt schon wieder aufnehmen können, Christian. Herzlich willkommen zurück, Christian Burkhardt. Lieber Max, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich bei dir sein kann. Ja, wir hatten schon richtig schönes Essen gerade, hat Spaß gemacht und freue mich immer wieder bei dir in der Show zu sein und heute mit dir über Mitochondrien zu sprechen. Genau, du hast das Thema schon eingeleitet. Es wird ja wieder ganz entspannt heute, wie eben so ist unter alten Freunden. Und du hattest damals beim Flowfest, erinnere ich mich, auch einen ganz tollen Vortrag zum Thema Mitochondrien gehalten, wo du in recht kurzer Zeit, ich weiß, wir haben damals noch viel diskutiert über die Zeit des Vortrags. Du hättest natürlich noch gerne, und das ist immer so schön auch, wenn jemand so leidenschaftlich bei einem Thema ist wie du, dann kann man dich eigentlich stundenlang sprechen lassen und es wird nicht langweilig. Bloß ich musste dann schauen, dass die anderen Sprecher nicht ungeduldig in der Schlange warten. Aber nochmal ganz einfach angefangen, weil wir bisher in der Flowgrade-Show eigentlich noch keine einzige Episode hatten, die vielleicht so wirklich in die Tiefe gegangen ist, was Mitochondrien angeht. Wir haben die immer mal wieder angeschnitten, sogar auch bei unserem Stammtisch damals, den wir aufgenommen haben. Aber nochmal zum Einstieg. Was genau sind Mitochondrien eigentlich und warum sind sie wichtig? Ja, die Mitochondrien oder wie manche auch sagen, die Mitochondrien, da wird ja immer noch drüber gerätselt, wie man sie richtig aussprechen soll. Das sind im Endeffekt die Kraftwerke der Zellen. Und man hat in jeder Zelle zwischen ein paar hundert bis viele, viele tausend Kraftwerke. Und diese Kraftwerke haben ganz, ganz verschiedene Aufgaben. Also viele denken, das ist nur auf die Energie gerichtet, dieses Kraftwerk, und man produziert dort nur Energie. Aber das ist gar nicht der Fall. Mitochondrien haben eine eigene DNA, ein eigenes Genom, produzieren ganz, ganz viele Proteine. Und deswegen haben die Mitochondrien auch eine vielfältige Aufgabe. Also sie sind natürlich für die Energieproduktion auf der einen Seite zuständig, aber auch zum Beispiel für das Immunsystem. Ohne die Mitochondrien funktioniert das Immunsystem nicht. Sie sind zuständig für die Apoptose, für den natürlichen Zelltod. Das heißt, wenn die Zelle krank ist, dann muss irgendjemand der Zelle sagen, du bist so krank, du kannst leider nicht mehr weitermachen, du musst jetzt ausgetauscht werden gegen eine gesunde neue Zelle. Und dafür braucht man auch die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind praktisch ganz essentiell für die Zellsteuerung, für den Stoffwechsel der Zelle. Und deswegen sind die so wichtig, weil die einfach hier eine wahnsinnig wichtige Funktion haben. Ob es der Zelle gut geht oder ob es der nicht gut geht, ganz klassisch ohne Energie funktioniert halt einfach im Körper nichts. Okay. Jetzt, was verstehen Menschen, wenn sie von Mitochondrien denken, in der Regel falsch? Also was merkst du vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit, dass Patienten auch von dir vielleicht nicht ganz richtig verstehen, wenn es um Mitochondrien geht? Das Grundproblem heute ist immer noch, dass die wenigsten Menschen eigentlich wissen, dass es Mitochondrien gibt. Das hat sich inzwischen schon ein bisschen gebessert. Also am Anfang, wo ich angefangen habe vor zehn Jahren mit dieser Thematik, da waren das vielleicht zwei, drei Prozent, die überhaupt Mitochondrien gekauft haben. Jetzt sind es im Endeffekt schon zehn, zwanzig Prozent. Also das ist schon mal das erste Thema, dass die wenigsten einfach das noch im Kopf haben, dass es vielleicht in der Schule gar nicht mitbekommen haben oder gar nicht thematisiert worden ist. Und für die meisten Menschen ist also tatsächlich die Zelle die kleinste Einheit und was unterhalb der Zelle kommen, die Organellen, also die kleinen Bestandteile der Zelle, die sind eigentlich nicht am Schirm. So dass ich meine, mein Beginn eigentlich bei der Therapie ist, also den Leuten erst mal zu erklären, was ist eine Zelle, wie sieht eine Zelle aus, was ist in der Zelle drin, was gibt es da alles. Und dann kommen wir auf die Mitochondrien. Und wenn sie dann wissen, dass dort die Mitochondrien für die Energie zuständig sind, für das Immunsystem, für den Wärmehaushalt, dann fangen sie an zu verstehen, dass die eigentlich eine ganz, ganz wichtige Funktion haben. Also ich habe mich damals ja auch zurückerinnert an den Biologieunterricht und eigentlich habe ich Mitochondrien immer mit ATP-Produktion in Verbindung gebracht und ATP als so eine Art Lebensstrom angesehen, Adenosintrifosphat. Aber ist das tatsächlich wie so eine Art Strom? Also was passiert denn eigentlich dann mit dem ATP, das die Mitochondrien produzieren? Wie kann man sich das so vorstellen? ATP ist, wenn man so möchte, im Endeffekt ein Molekül, das Energie speichert. Also eigentlich ist es nur ein Speicher, es ist gar nicht die Energie selber, sondern das ist wie wenn man eine Batterie nehmen würde. Da wird halt diese Energie gespeichert und dieses ATP ist so ein Speichermolekül für Energie und kann halt dann sozusagen überall im Körper verwendet werden. Das heißt mit anderen Worten, überall wo ich ATP habe, habe ich dann so diese kleinen Batterien, wenn man so möchte, und dann kann sich jeder, der es braucht, der kann sich dann einfach bei diesem ATP bedienen und dort eben die Energie aus diesem Molekül herausholen. Also ja, so gesehen, es ist nicht der Strom, sondern es ist die Möglichkeit sozusagen die Energie in Form von Speichermolekülen zur Verfügung zu stellen und überall im Körper zu verteilen, dass jeder, der es braucht, es benutzen kann. Ja, also da gibt es ja wahnsinnig viele Teile, die jetzt auch wichtig sind, wenn es darum geht, wie funktionsfähig ein Mitochondrium ist und dann kommt dazu ja auch noch die Dichte der Mitochondrien im Körper. Jetzt, was ist aber, wenn ich herausfinden will, ob ich gut funktionierende Mitochondrien habe oder generell, also meine Mitochondrien genug Energie produzieren, eine gute Herangehensweise, um das vielleicht im ersten Schritt mal herauszufinden? Das ist ein ganz großes Feld, was wir da aufmachen. Wie kommen wir jetzt der Funktion der Mitochondrien näher? Wie finden wir heraus, ob die gut funktionieren? Und am besten funktioniert das tatsächlich mit Laborwerten. Also das ist das Einfachste, was man machen kann. Die Mitochondrien haben eine Aufgabe, die nennt sich oxidative Phosphorylierung. Das heißt, da wird mit Hilfe eines bestimmten Stoffwechselvorganges am Ende dieses ATP hergestellt. Und wie gesagt, diese Elektronentransportkette, die nennt man oxidative Phosphorylierung. Und am Ende entsteht eben dieses ATP. Und da kann man jetzt an verschiedenen Punkten einfach messen. Man kann einfach ganz einfach hergehen und sagen, wie viel ATP kann ich am Ende im Körper messen? Wie viel zeigt mir das an? Das ist aber schon ein bisschen schwierig beim Labor, weil diese ATP-Messungen sehr ungenau sind. Das heißt, mit dem Endprodukt kann man nicht immer was anfangen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann auch sagen, ich schaue mir einfach mal an, wie viele Mitochondrien habe ich. Und da gibt es eine ganz tolle Möglichkeit. Man gibt die Möglichkeit, die Menge an DNA zu messen von den Mitochondrien im Blut. Und da muss man halt wissen, dass im Endeffekt die Mitochondrien eine eigene Erbinformation haben. Und die Menge an Erbinformation, an DNA, die ich dann im Blut messen kann, kann man dann ungefähr vermuten, wie viel Mitochondrien man hat zum Beispiel. Das macht man dann im Verhältnis zum Zellkern-DNA. Also man sagt, so viele Einheiten mit Mitochondriale DNA im Verhältnis zum Zellkern-DNA. Und da sagt man grob 200 bis 400 Mal mehr ist normal. Und wenn ich dann unter 200 habe, dann weiß ich, okay, ich habe viel zu wenig Mitochondrien, weil wenig Erbinformation von den Mitochondrien da ist. Und was man noch messen kann, ist, was ich jetzt zum Beispiel bevorzuge, es gibt so drei klassische Stoffwechselwege im Menschen. Nämlich einmal, also in der Zelle, die oxidative Phospholierung, dieser Stoffwechselweg der Mitochondrien selber. Dann kann die Zelle eine Vergärung machen, was jeder Sportler kennt, wenn er zu lange Sport gemacht hat. Dann kriegt er diese Muskelkarte, das ist die Milchsäure. Bei der Vergärung entsteht halt am Ende diese Milchsäure. Man nennt das auch Glykolyse. Und dann gibt es noch einen dritten Stoffwechselweg, das ist eine Art alternativer Stoffwechselweg in der Zelle, der Pentosephosphatweg. Und es gibt sogar noch einen vierten, die Glutaminolyse, eine Verstoffwechselung von Glutamin. Und alle diese vier Stoffwechselwege kann man also mit Biomarkern, mit Blutmarkern messen. Und dann weiß ich natürlich, wenn ich die messe, am Ende, welcher Stoffwechselweg ist dominant. Also zum Beispiel messe ich die M2-PK, die M2-Provatkinase, dann weiß ich, die Glutaminolyse ist dominant. Messe ich zum Beispiel die LDH-Iso-Enzyme, Lactatidehydrogenasen, dann weiß ich, die Glykolyse ist dominant. Oder ich messe die TKTL1, das ist die Transketolase 1, auch ein ganz spezieller Wert. Dann weiß ich, hier hat der Körper die Zellen, die machen Pentosephosphatweg. Und wenn die hochreguliert sind, dann habe ich im Endeffekt einen Hinweis darauf, dass das, was ich eigentlich will, die oxidative Phospholierung, nicht funktioniert. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten und unendlich viele mehr, wo man im Labor einfach herausfinden kann, was mit dem Mitochon drin los ist, ob die funktionieren oder nicht funktionieren. Das hört sich jetzt aber schon so an, als ob ich als Einzelner jetzt nicht wirklich zum Labor gehen kann und das testen kann. Also ich brauche schon, nehme ich an, fachliche Beratung, jemand, der sich auskennt, wie jetzt zum Beispiel du. Ich gehe ja auch zu dir und das, genau, disclosure, full disclosure. Ich bin mit dem Christian schon jahrelang in Betreuung und komme immer zu dir, wenn ich mal meinen kompletten Körper durchtesten will, mache dann von Bodyscan, Bioscan bis zu Schwermetallanalysen, natürlich das ganze Blutbild, die generellen Marker, so ziemlich alles. Und dann schaust du auch noch in meine, und ich glaube, ich erinnere mich, du nennst es, glaube ich, die Verklumpung auch der Mitochondrien. Kann, oder vermische ich hier was, was man auch noch testen kann? Genau, es gibt ja die Möglichkeiten, dass die Mitochondrien miteinander fusionieren, was gut ist. Also sozusagen die Mitochondrale Fusion, das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist, wie zwei Menschen miteinander zusammen sind, so wie wir jetzt gerade. Das heißt, wir tauschen uns aus und ich lerne was von dir, du lernst was von mir. Und die Mitochondrien machen das genauso. Also wenn es einem Mitochondrium schlecht geht, dann kann es sich mit einem anderen Mitochondrium zusammenschließen. Es kann fusionieren, das heißt, die Membranen verschmelzen und dann haben wir sozusagen ein großes Mitochondrium. Und das machen die ganz gerne in Stresszeiten, also um einfach, oder, nee, eigentlich genau umgekehrt. Sie machen es in Zeiten der Regeneration, wenn sie im Endeffekt sich wieder erholen wollen. Wenn das eine Mitochondrium hat mehr Magnesium, das andere ist besser an B-Vitaminen versorgt. Und dann tauschen die miteinander die Mikronährstoffe aus und helfen sich gegenseitig aus. Und das Gegenteil davon ist, wenn es den Mitochondrien recht schlecht geht, dann machen die Fission. Das heißt, die teilen sich alle, jeder geht in seine Ecke und redet mit niemandem mehr. Und das ist richtig schlecht für die Mitochondrien, weil sie dann natürlich, wenn sie Schaden nehmen, sich nicht reparieren können, weil sie keine Hilfe bekommen. Jeder ist in seiner Ecke, macht sein Ding und das ist nicht gut. Und das ist auch eine Möglichkeit zu gucken, wie sieht es denn aus mit dieser Fusion-Fission-Reaktion. Das ist tatsächlich auch möglich, dass man das messen kann. Das ist aber sehr speziell. Und das sieht man in Zeiten vom starken Stress für die Mitochondrien sieht man dann eben, dass diese Mitochondrien sich, ja, sag ich mal, separieren. Das ist eine ganz spezielle Untersuchung, die auch möglich ist, aber die wir eigentlich selten machen, aber die geht auch. Was ich gerade noch versuche, so ein bisschen daraus zu kristallisieren, ist, inwiefern jetzt jemand, der zum Beispiel irgendeinen Leiden hat oder vielleicht auch Energielosigkeit oder Burnout, und du bist ja unter anderem der Gründer des Burnout-Diagnostik-Instituts in München mit deiner Praxis, aber inwiefern hängen, also ich versuche zu verstehen, wie die Ursache und Wirkung ist, also von nicht funktionierenden Mitochondrien oder, also die sozusagen ein Leiden erzeugen oder ein Leiden, das dazu führt, dass die Mitochondrien schlechter funktionieren. Also passiert zum Beispiel durch schlechten Schlaf, also ist die Folge davon, dass die Mitochondrien dann einfach weniger gut funktionieren, oder ist es so, wenn meine Mitochondrien nicht gut funktionieren, dass ich dann schlechter schlafe? So, oder genau, ein bisschen das Chicken-and-Egg-Problem. Genau, das Henno-and-Ei-Problem, Chicken-and-Egg, das ist bei den Mitochondrien leider so komplex, dass man das nicht sagen kann, was zuerst ist, weil das ist multifaktoriell. Die Mitochondrien hängen ja ab von ihrer eigenen DNA, von der Funktion dieser DNA. Die hängen ab von der Versorgung mit Mikronährstoffen. Die sind abhängig davon, ob Giftstoffe in der Zelle sind, also ob man in den Mitochondrien zum Beispiel Toxinbelastung hat, ganz klassisch sind Pestizide, Chemikalien, Schwermetalle oder Lösungsmittel, die kann man alle in der Mitochondrien nachweisen, was auch eine superschöne Untersuchung ist, diese sogenannten Giftstoffe in den Mitochondrien direkt nachzuweisen, auch das machen wir. Die hängen ab vom Immunsystem. Habe ich gerade eine entzündliche Situation oder habe ich keine entzündliche Situation? Die hängen ab vom Redox-Zustand. Also bin ich oxidiert wie eine schwarze Banane oder bin ich eher reduziert wie eine grüne Banane oder bin ich glücklicherweise die gelbe Banane, die jeder eigentlich sein möchte? Das heißt, wir haben so viele Faktoren, auch emotionaler Stress, psychischer Stress, Traumata aus der Vergangenheit, das spielt ja auch alles eine Rolle. Und diese Komplexität, die führt dazu, dass wir eigentlich nicht sagen können, was zuerst ist. Aber ganz zuerst ist eigentlich immer die Tatsache, dass die Mutter in der Regel 99% der Mitochondrien an das Kind weitergibt. Also wir kriegen die meisten Mitochondrien von unserer Mutter und die wenigsten von unserem Vater. Das heißt, entscheidend ist schon mal, dass die Mutter gesund ist bei der Schwangerschaft, bei der Geburt. Und da wird eigentlich ein großer Grundstein gelegt. Und wenn man das jetzt so sieht, dann kann man vielleicht sagen, im Endeffekt führt wahrscheinlich eine schlechte Mitochondriale Versorgung schon bei der Geburt, in der Schwangerschaft dazu, dass es dann halt später nicht richtig funktioniert und man Symptome bekommt, weil eben die Mutter das schon weitergeben kann. Da gibt es übrigens ja diese spannende Geschichte auch aus der buddhistischen Tradition, aus dem Yoga auch, dass die göttliche, weibliche Energie, die auch in jedem Menschen ist, eben von der Mutter erhalten wird. Und später wurde es dann so erklärt, dass biologisch gesehen genau das durch die Weitergabe der 99% der Mitochondrien sind. Aber was genau ist mit den anderen 1% übrigens? Die kommen die tatsächlich dann vom Vater? Ja, die kommen sozusagen vom Sperma, ganz einfach. Also wir haben ja sozusagen, die Männer befruchten ja die Einzelle und dabei geben sie natürlich auch ein bisschen mitochondriale DNA weiter und ein Teil davon vermischt sich dann sozusagen mit dieser mitochondrialen DNA. Aber leider oder vielleicht auch Gott sei Dank ist es halt extrem wenig, was wir dann im Endeffekt von unseren Vätern bekommen. Also die Mitochondrien sind einfach von der Mutter, kommen, gehen die aus und hat wahrscheinlich auch einen wichtigen Grund, den die Natur uns da noch nicht ganz verraten hat. Spannend. Jetzt hast du schon gesagt, es ist total multifaktoriell. Also es gibt verschiedene Einflüsse, Giftstoffbelastung, Umwelt, Stress, emotionale Belastung, die dazu führen, dass die Mitochondrien funktionieren oder eben nicht funktionieren. Jetzt aus deiner Erfahrung, jahrelangen Erfahrung in der Arbeit mit Patientinnen und Patienten, gibt es so ein paar Ursachen, die du besonders hervorheben möchtest, die unter Umständen dazu führen, dass man eben energielos ist, dass die Mitochondrien nicht mehr so gut funktionieren. Also es gibt drei ganz, ganz große Bereiche, sage ich mal, die 80 Prozent der Schäden an den Mitochondrien oder der Energielosigkeit auslösen. Einer der ganz großen Gründe, warum es nicht funktioniert, ist schlicht und einfach die gerade schon angesprochene Situation im Redox-System. Eben nochmal, Reduktion ist, wenn man zu viel Elektronen hat, also eine grüne Banane ist, und Oxidation ist, wenn einem Elektronen fehlen. Und dann eben wird man so ein bisschen von der gelben so leicht schwarze Punkte und am Ende ist man zum Schluss eine komplette schwarze Banane. Und das ist jetzt der Fall. Also jeder, der eine grüne Banane mal angefasst hat, der weiß, die ist hart. Und die matschige Banane, die dann eine schwarze Schale hat, die ist eben ganz weich. Und das ist der Elektronenverlust. Die Elektronen gehen aus den Molekülen raus. Die Moleküle, sage ich mal, fallen ineinander, fallen zusammen. Und im Endeffekt löst man sich auf, so wie Eisen rostet. Das ist ja dann auch einfach weg. Und das nennt man Redox-System. Und die Ursache für diesen sozusagen Verlust an Elektronen, das nennt man oxidativen Stress und nitrosativen Stress, also Radikalenbelastung. Und es gibt eben das Problem in den Mitochondrien, dass die ja eine Verbrennung mit Sauerstoff machen. Und bei einer Verbrennung mit Sauerstoff entstehen immer leider eben Radikale, also Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Und diese Radikale suchen sich dann irgendwo einen Elektron und die klauen das dann irgendwo. Und das führt dann zu Schäden in den Mitochondrien. Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man ausreichend von diesen Elektronenspendern hat. Und das sind eben die Antioxidantien. Neben dem Problem mit dem oxidativen Stress, also mit diesen radikalen Bildungen, hat man im Endeffekt als zweites wirklich Riesenproblem heutzutage, dass die Mitochondrien hochgradig toxisch belastet sind. Also Giftstoffe ist im Endeffekt das zweite große Thema. Und leider ist es so, dass die meisten Toxine, die wir in der Umwelt haben, lipophil sind, also fettlöslich sind und durch Membranen hindurchgehen können. Insbesondere Pestizide, Fungizide, Herbizide. Also diese Pflanzenschutzmittel müssen ja lipophil sein, damit sie überhaupt die kleinen, sag ich mal, Tierchen abtöten können, damit dieser Effekt erzeugt werden kann. Und die gehen halt leider auch in die Zellen hinein. Das heißt, wir haben heute, wenn wir die Giftstoffe, die Mitochondrien messen, haben wir eben extrem hohe Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln, wir haben hohe Belastungen mit Schwermetallen, wir haben hohe Belastungen mit Lösungsmitteln und anderen Chemikalien. Aber auch Pilzgifte zum Beispiel kommen ganz, ganz häufig vor oder Rußpartikel. Und was ich auch sehr viel in letzter Zeit sehe, sind zum Beispiel Plastik, Weichmacher-Plastikpartikel. Auch das kann man heutzutage alles in den Mitochondrien finden. Und das zerstört natürlich die Mitochondrien total. Also das entkoppelt die Atmungsketten. Das zerstört diese Enzyme- und Proteinverbindungen, die es in den Mitochondrien braucht für die Energieherstellung. Und ja. Das ist jetzt die zweite Ursache? Oder sind wir immer noch bei der ersten Ursache von den drei Ursachen, die du gerade erwähnt hast? Genau, das erste war sozusagen dieser Elektronenzerfall, radikalen Stress. Also die erste Ursache ist sozusagen der radikalen Stress, der einfach klassisch entsteht, weil die Mitochondrien Sauerstoff verbrennen. Und dabei entstehen halt immer Radikale. Und das ist halt ein Thema für die Mitochondrien. Die müssen sich damit schützen können. Und das braucht es eben die Antioxidantien. Und wenn ich die nicht esse, dann zerstöre ich halt meine Mitochondrien. Das zweite ist, dass ich sie direkt durch Toxine zerstöre, die ich mir einfach in die Mitochondrien hineinhole. Und diese Toxine machen dann eben diese Mitochondrien kaputt. Und die dritte, und das ist eine ganz banale Ursache, das ist einfach der Mikronährstoffmangel. Mitochondrien brauchen, wie ein Mensch auch, wie ein Lebewesen, die brauchen Mikronährstoffe. Und wenn ich diese Mikronährstoffe nicht zu mir nehme, dann funktionieren die einfach nicht. Das ist wie, wenn ich ein Auto habe, wo ich kein Öl nachgieße, wo ich mich nicht darum kümmere, dass andere wichtige Flüssigkeiten, die das Auto braucht, vorhanden sind. Das Gleiche passiert mit dem Mitochondrien. Ohne die notwendigen Mikronährstoffe funktioniert es halt einfach nicht. Und wir haben heute leider viele Menschen, die sich eben nicht so ernähren, wie sie das machen sollten, damit sie die Mikronährstoffversorgung haben, die sie bräuchten. Und damit schädigen sie halt einfach direkt ihre Mitochondrien. Das heißt, die drei großen Themen sind zu wenig Mikronährstoffe, zu viel an Giftstoffen und Radikale durch zum Beispiel Entzündungen, durch Mitochondrienfehler. Also generell das Thema freie Radikale, die einfach zu stark in den Mitochondrien vorhanden sind. Superspannend, weil ich glaube, genau da solche Rahmen kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt hat man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon eine Idee, welche eine Ursache für ihn eine größere Auswirkung hat, vielleicht als eine andere. Vielleicht ist der eine eben sehr schon mit Mitocare-Produkten eingedeckt und hat gesagt, Mikronährstoffe sind es vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht die andere Belastung. Und da will ich nochmal eingehen auf die alle drei Ursachen und schauen, ob es da Maßnahmen gibt, die man in jeder einzelnen Ursache ergreifen kann. Davor nochmal kurze Erwähnung. Ich habe im Vorgespräch auch hier schon erzählt vom Professor Dr. Wienicke, der das auch bestätigt hat. Das möchte ich einfach nur mal sagen. Der war auch im Podcast, auch eine tolle Podcast-Episode, empfehle ich auch anzuhören, wo wir darüber gesprochen haben, warum auch in der Ernährung aufgrund des Treibhauseffektes einfach nicht mehr die Dichte an Mikronährstoffen ist, wie früher. Und daher die Aussage von Professor Wienicke damals, du kannst sie gerne kommentieren, er meinte, bis zu 70 Prozent so des Bedarfs kann man, wenn man wirklich aufpasst mit der Ernährung, unter Umständen decken, aber mehr geht gar nicht mehr. Ja, wir leben halt nicht mehr das Leben, das wir vielleicht früher gelebt haben. Es ist ja der Mikronährstoffmangel, der wird ja von zwei Seiten verstärkt. Einmal die mangelnde Mikronährstoffdichte in den Lebensmitteln selber, durch die Prozessierung und durch die modernen Methoden das Ganze herzustellen, also Pestizide klassisch verdrängen Mineralstoffe aus, Gemüse zum Beispiel. Und damit verlieren wir also immer mehr an Dichte. Frühreife Erntung, das heißt, wenn die Lebensmittel nicht ausreifen, da hat man weniger sekundäre Pflanzenstoffe drin, ist ja alles Bekanntes, also das eine Thema. Und auf der anderen Seite haben wir heutzutage so viel Stress, viele machen Sport bis zum Abwinken, was auch Stress ist für den Körper, andere haben psychischen Stress. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen heute gestresst sind und das kostet wiederum Mikronährstoffe. Und wenn ich auf der einen Seite natürlich durch schlechtere Lebensmittel weniger aufnehme, auf der anderen Seite durch eine viel höhere Belastung mehr verbrauche, dann kommt man definitiv in einen Mangel. Und ja, ich würde das eigentlich unterstützen. Also ich denke, man kann recht gut noch trotzdem mit guten Lebensmitteln sich versorgen, aber so eine richtig gute Versorgung, dass man sagen kann, ja, man bleibt einfach dauerhaft gesund, leistungsfähig, hat keine Einbußen. Das geht einem auch noch mit 70, 80, 90 gut. Das ist nicht mehr wirklich ganz ohne Supplemente möglich. Leider eigentlich schade. Möchte ich dir gleich vielleicht eine persönliche Frage stellen, weil ich bin, ich habe den Eindruck, also auf der Mikronährstoffkomponente bist du wahrscheinlich gut eingedeckt. Angenommen, du nimmst dann von dir oft empfohlenen Produkte, die ich ja auch gerne nehme. Aber von den drei Ursachen, was würdest du sagen, ist für dich die größte Bedrohung gerade? Und zwar, ich meine jetzt die zwei, also zum einen einfach generell Redox-Stress und Nummer zwei Umweltgifte. Also für mich persönlich ist tatsächlich das größte Problem der oxidative Stress, weil ich leider zuckersüchtig bin. Also ich gebe es zu, ja, also was soll ich machen? Ich habe auch lange gebraucht, bis ich da mal eine Lösung gefunden habe. Ich komme langsam der Lösung näher und ich sehe da Licht am Horizont, was Zuckerstoffwechsel angeht. Aber man sieht es mir an. Es ist wahnsinnig schwer für mich, das Gewicht zu halten. Es ist wahnsinnig schwer, einer Nussschnecke stand zu halten, die wir heute gerade gemeinsam hatten und wo ich natürlich wieder Schuld dran war, dass die überhaupt bestellt worden ist. Also ja, der Zuckerkonsum führt zu erheblichen, sag ich mal, oxidativen Schäden bei mir im Stoffwechsel und deswegen ist das mein Hauptthema. Also ich bin sozusagen dann allerdings wieder auf der guten Seite, weil ich dementsprechend Antioxidantien bis zum Abwinken einschmeiße. Aber die Zuckermoleküle sind mein größtes Problem und der damit verbundene oxidative Stress. Genau, also Zucker ist wirklich, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären, was Zucker genau anrichtet, weil ich glaube, du bist ja nicht der Einzige und sogar du, der es versteht, der gibt es zu und ich finde, das macht dich nur umso sympathischer, Christian. Ganz ehrlich, ich höre auch immer, wenn ich mal in einer Podcast-Folge erwähne, dass ich auch mal bei Netflix einschlafe, dann kriege ich wirklich Zuschriften von Leuten, die sagen, ach, cool, dass du das zugibst und dass es dir auch passiert und so und ich glaube, da zeigt man sich einfach als Mensch, deswegen finde ich das total in Ordnung und auch zu sagen, wie hart dieser Kampf oft ist mit eben der ständigen Verfügbarkeit auch von süßen Sachen, also ich muss auch sagen, aber zum einen kannst du mir vielleicht gleich die zwei Sachen beantworten, also wie führt denn überhaupt Zucker zu oxidativem Stress, warum altern wir dadurch schneller und dann, und ich weiß, da hast du nämlich eine Lösung dafür, wie könnte man vielleicht den wirklich schädlichen Haushaltszucker auf Dauer ersetzen mit etwas, was vielleicht auch gut schmeckt, aber gesünder ist für die Zelle? Das Problem ist, Zucker per se ist ja gar nicht unbedingt ungesund, ja, also auch hier ist ja wieder die Dosis macht das Gift und die Natur hat ja Zucker vorgesehen im Fruchtzucker, im Obst, ja, also wir können nicht hergehen und sagen, pauschal Zucker ist schlecht, es ist die Dosis, die das Gift macht und es ist halt einfach so, wenn wir zu viel vom falschen Zucker zu uns nehmen, dann kommt es einfach immer wieder zu einer Insulinausschüttung, wenn wir das noch häufig am Tag machen, da kommt es nicht einmal, zweimal, dreimal, manche essen ja fünf, sechs, sieben Portionen am Tag und haben immer wieder Kohlenhydrate und Zucker dabei und dann haben sie einfach ständig Insulinausschüttung und Insulin ist ein Masthormon, also Insulin soll dafür sorgen, dass man mit dem Zucker, den man gegessen hat, dass man da wohl genährt wird, dass man Fett aufbaut, dass sozusagen die Speicher gefüllt werden, dass man schnelle Energie bekommt, all das wird da gesteuert dann über das Insulin unter anderem und das führt halt ständig dazu, dass eben das Insulin diesen Zucker in die Zelle gibt und wie das halt so ist, wenn man ständig eine Küche hat, die voller Lebensmittel ist, wo immer die Schokolade dasteht, muss natürlich die Zelle jetzt und in dem Fall die Mitochondrien versuchen, diesen Zucker, der durch das Insulin in die Zelle gepresst wird, auch wieder loszuwerden, das heißt, das muss verstoffwechselt werden und mit jedem Stoffwechsel, den ich dann in der Zelle habe, entstehen, wie wir gerade besprochen haben, freie Radikale. Das heißt, ich zwinge meine Zelle, den Zucker zu verstoffwechseln, damit zwinge ich meine Zelle, die Mitochondrien anzuschalten, damit entstehen freie Radikale, die freie Radikale werden irgendwann die Mitochondrien kaputt machen, die Zelle hat ein Problem, fängt an, den Zucker über die Vergärung, über die Glykolyse zu verstoffwechseln, dann übersäuert die Zelle, es gibt vermehrt Laktatbildung und der Zelle geht es im Endeffekt immer schlechter und das Ganze führt dann zu den üblichen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder Müdigkeit, postprandiale Müdigkeit nach dem Essen schlapp und kaputt durch Insulinanstieg und Insulinabfall, also die vielen Probleme. Zucker, da kann man ja einen ganz eigenen Podcast drüber machen, was Zucker alles für Probleme macht. Und Glück, ja, ich habe, wie gesagt, dasselbe Problem, aber mittlerweile eine Lösung gefunden, es hat lange gedauert, aber ich habe vor zwei, drei Jahren Doktor Koi kennengelernt, den ich dir auch nur wärmsten empfehlen kann, mal für einen Podcast, weil der Johannes Koi ist ein begnadeter Wissenschaftler, ein Tüftler, der arbeitet seit ungefähr 20, 25 Jahren, seitdem arbeitet er mit Zucker, weil der hat einen Genabschnitt entdeckt, bei dem sozusagen ein bestimmtes Molekül produziert wird. Dieser Genabschnitt und dieses Molekül, das ist sozusagen die TKTL1 und die TKTL1, die Transketulase 1, ist ein wichtiger Teil für diese Verstoffwechslung vom Zucker, die ermöglicht sozusagen, dass Zucker Richtung Pentose, Phosphatweg verstoffwechselt wird und was auch nicht sehr günstig ist. Und jedenfalls dieser Johannes Koi, der hat eben Zucker entdeckt, die nicht schädlich sind für den Menschen, sondern die gut sind für den Menschen, die dieses Problem umgehen und ein Schleimzucker ist die Galaktose, der Schleimzucker und die Galaktose hat die schöne Eigenschaft, dass wenn man die aufnimmt, dass die erst im Körper umgewandelt werden muss. Also die Zelle kriegt diese Galaktose, die kann sie ohne Insulin aufnehmen, also weitgehend Insulinunabhängig, das heißt, wir haben schon mal diese Insulinausschüttung nicht und dann in der Zelle muss die Galaktose jetzt verstoffwechselt werden und das geht nicht und deswegen wandelt die Zelle die Galaktose in Glucose um. Das heißt, die macht sozusagen einen Schritt wieder zurück und diese Umwandlung in Glucose, die kostet die Zelle zwei Einheiten Energie. Und wenn jetzt dann sozusagen die Glucose verwertet wird, zum Beispiel bei der Vergärung, dann bringt das zwei Einheiten Energie. Das heißt, die Galaktose ist also ein gemeiner Zucker, weil um ihn zu verstoffwechseln, muss die Zelle zwei Energieeinheiten aufwenden und bekommt dann zwei Energieeinheiten. Das heißt, in der Summe ist es ein Nullspiel, Nullsummespiel. Das heißt, jedes Mal, wenn die Galaktose in die Zelle kommt, macht sozusagen die Zelle ihre Arbeit und kriegt aber am Ende nichts raus. Und deswegen wird dann natürlich die Zelle energielos und muss ums Überleben kämpfen und dann hat sie nichts Besseres als die Mitochondrien einzuschalten. Also der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, wir kriegen keine Energie über die Glykolyse, über die Vergärung, also müssen wir jetzt unsere Vergärung einschalten, müssen Fettmoleküle mobilisieren, müssen Fett verbrennen, müssen Ketonkörper mobilisieren und Ketonkörper verbrennen und damit zwingt sozusagen diese Galaktose die Zellen, ihre Mitochondrien wieder zu benutzen und damit können sich diese Mitochondrien sozusagen wieder sanieren, reparieren und ihre Arbeit verrichten oder wenn sie das nicht mehr können, in den programmierten Zelltod gehen und die Zelle einfach vernichten und austauschen. Okay, also das ist so eine Art Training für die Mitochondrien, für die Zellen. Jetzt gleich mal die Frage, kann ich dann einfach meinen kompletten Zucker einfach mit Galaktose ersetzen oder ist das dann vielleicht auch keine gute Idee? Gibt es da Nebenwirkungen? Man kann es wunderbar ersetzen. Diese Galaktose ist ja ein ganz klassischer Zucker, der in der Muttermilch vorkommt. Und wenn jetzt ein Neugeborenes zwei Jahre vollgestillt wird, dann bekommt es im Endeffekt zwei Jahre diese Galaktose regelmäßig mit der Muttermilch. Und wir wissen ja alle, dass das dem Neugeborenen nicht wirklich schadet. Und das heißt, man bekommt also einen super Trainingseffekt einfach für die Mitochondrien. Und ich persönlich nehme die Galaktose jetzt schon zwei Monate und habe jetzt insgesamt vier Kilo abgenommen. Also es war noch ein bisschen größer. Und bin also wirklich happy, dass ich meine Mitochondrien damit trainiert habe, meine Zellen trainiert habe. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, der Galaktose seit fünf oder zehn Jahren einnimmt. Ich kann also jetzt nicht von Langzeiteffekten sprechen und ob es dann irgendwann eine Nebenwirkung geben könnte. Aber ich glaube es einfach nicht, weil wir im Endeffekt ja auch, glaube ich, nicht zu einer Null-Einnahme von normalem Zucker kommen werden. Jeder isst mal irgendwann Kohlenhydrate und dementsprechend hat man immer dann gemeinsam Galaktose und Glucose und Fruktose in der Ernährung drinnen. Aber man sollte halt auf diese Galaktose gehen. Ideal zum Beispiel morgens, wenn man aufsteht, 20, 30 Gramm Galaktose in Wasser oder in Shake tun und trinken abends 20, 30 Gramm Galaktose und dann hat man ein fantastisches Training. Ja und du hast ja auch Getränke tatsächlich mit konzipiert, die ich schon fleißig konsumiere, von denen ich ein richtiger Fan bin und ich glaube jetzt, ohne ganz sicher zu sein, weil ich weiß, es ist noch ein anderer Zucker drin, ich glaube, Takatose ist auch noch drin, können wir auch gleich noch drauf eingehen, aber ich würde gerne einfach die beide mal erwähnen. Ich sage immer, die Cola der Biohacker und zwar der Drink Care von Mito Care, eine Firma, die du mitgegründet hast und der zweite heißt Mito und ich, du kannst da nochmal eingehen, aber wie sind diese beiden gesüßt? Genau, also es gibt den Mito, das ist im Endeffekt ein leichter Energydrink, der allerdings sehr komplex aufgebaut ist und nicht ausschließlich auf Koffein Basis setzt, für die Energiegewinnung, sondern auf sekundäre Pflanzenstoffe, auf Vitamine, auf Kokumin, auf Q10, was da alles drin ist. Also es ist ein sehr komplexer Energydrink, der langanhaltend wirkt und dann gibt es den Care, der ist mehr dafür da, den Stoffwechsel zu, sage ich mal, verändern, zu regulieren und zwar über die beiden Zucker Takatose und Galaktose, die jetzt im Care drin sind, auch noch die Trehalose und Isomaltose sind da drin, also der Care hat im Endeffekt vier Zucker und die Takatose, gehe ich kurz darauf ein, ist ein Zucker für den Darm, also die ist Mikrobiom, unsere Darmbakterien, die lieben diese Takatose, also das moduliert sozusagen das Mikrobiom und die Galaktose trainiert die Mitochondrien und Trehalose und Isomaltolose, das sind zweifach Zucker, die sind ideal fürs Gehirn, das heißt, wenn man das nimmt, die gehen ins Gehirn und werden dort verstoffwechselt, das erhöht zwar minimal den Blutzuckerspiegel, aber eben sehr, sehr wenig, weil die Takatose, die Galaktose den Blutzuckerspiegel fast gar nicht erhöhen und dann hat man eben mit diesem Care-Trink, der mit Cola-Nuss ausgestattet ist, auch deswegen, die Cola, der Biohacker hat man eben dann diese fantastische Wirkung, man hat einen Zucker für das Gehirn, das heißt, man ist nicht müde, man kann sich konzentrieren, man hat einen Zucker für den Darm und man hat einen Zucker für die Mitochondrien und das macht den wirklich außergewöhnlich, also ich liebe den leider gerade ausverkauft, aber ich hoffe, dass er bald wieder zu haben ist. Auf jeden Fall, ich bin ein Riesen-Fan von beiden Drinks, leider sind die wirklich oft ausverkauft, aber ich würde euch empfehlen, weil auch meine Gäste sind immer Riesen-Fans von den beiden Drinks, besonders abends verwende ich dann natürlich eher Care, weil es nicht so anregend ist und wie gesagt, die Biohacker-Cola kommt immer sehr, sehr gut an und kann man immer zu Hause haben, weil es einfach jemand, der einfach gerne was Süßes trinkt oder hin und wieder auch mal einen Spezi oder einen Cola, aber wirklich Lust hat, seinem Körper gleichzeitig was Gutes zu tun, dafür finde ich das wirklich ein geniales Produkt und ich finde, es kommt immer fast ein bisschen zu kurz, auch wenn du sagst, es ist auch ständig ausverkauft und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber könnt ihr da nicht einfach mehr produzieren? Ja, wir machen das jetzt tatsächlich, also wir sind leider noch eine kleine Firma und das Budget war leider zu knapp, um viel zu produzieren, aber wir haben jetzt natürlich da demnächst eine große Produktion und schauen, dass wir jetzt tatsächlich die richtigen Mengen produzieren. Wie du schon sagst, ich mag die auch sehr, der Mito-Trink ist sowas, was man am Tag trinkt, um energetisch zu sein, sowieso wie Kaffee, der Care ist eher so wie Tee, den man vielleicht am Nachmittag, Abend trinkt, weil auch die Takatose manchmal bei den Leuten so ein bisschen zum, weil die ja auf das Mikrobiom wirkt, so ein bisschen zu Durchfall führen kann, also die Verdauung anregt und deswegen ist das eher so ein Getränk, was man nachmittags, abends nimmt, damit man da nicht im Büro ein Problem kriegt. Alles klar, also jetzt haben wir eigentlich schon mal die erste Ursache, glaube ich, gut behandelt. Ich möchte nämlich durch alle drei nochmal durchgehen und zwar das mit dem Redox. Also wir wollen, ich finde das ist so ein schönes Bild, wir wollen keine schwarze Banane werden, ich glaube, da ist sich jeder einig gerade. Wir wollen nicht zerfallen, wir wollen eine hohe Elektronendichte haben und eben eine schöne, vielleicht nicht ganz grün hinter den Hohen, aber eine gelbe, schön leuchtende Banane sein. Und jetzt haben wir schon gerade gesagt, Zucker vermeiden und diesen ersetzen mit gesunden Zuckern und du hast diese gerade schon erklärt. Die Takatose, die gut für den Darm ist, die Galactose, die die Mitochondrien trainiert eben, indem sie ihnen vormacht, sie gibt ihnen Energie, aber eigentlich sie zum Arbeiten anregt. Und dann die Trehalose und die Isomaltose, die ins Gehirn gehen, die einfache Zucker sind, die zweifach Zucker sind, die schnell verstoffwechselt werden. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür, Christian. Jetzt bei der Nummer zwei Ursache und ich wiederhole nochmal, da geht es darum, Giftstoffe, die in die Mitochondrien gelangen, zu vermeiden. Und da sehe ich auch wieder eigentlich zwei Wege. Das eine ist, sich irgendwie in der Umwelt zu schützen vor diesen Giften. Meine Frage hier gleich mal, ist es überhaupt noch möglich? Ich würde sagen, nein. Es ist traurig, aber wenn ich die Belastung einfach messe bei meinen Patienten, dann kann ich einfach sagen, dass 90 Prozent der Patienten, die ich messe, damit in den Mitochondrien bereits belastet sind. Und im Endeffekt, es ist alle Jubeljahre mal, dass ich einen Patienten habe, wo ich sage, boah, da messe ich gar nichts. Der ist dann aber meistens Biohacker und hat sich richtig schön versorgt. Problem ist einfach, dass über die Jahre die ganzen Giftstoffe in den Meere verklappt wurden, auf die Felder gesprüht wurden und dass die Menge über die Jahre einfach zu viel geworden ist. Also die Natur ist nicht hinterhergekommen, das abzubauen. Es ist kumuliert in der Umwelt und wir können leider uns diesen Toxinen heutzutage nicht mehr entziehen. Man hat das mittlerweile ja auch in Studien nachgewiesen, dass es zum Beispiel selbst bei Ureinwohnern im Amazonas mittlerweile nachweisbar ist, dass die plastikbelastet sind und die haben aber noch nie eine Plastikflasche verwendet. Das heißt, das wird über Meeresströmungen, das wird über Winde, das wird in die ganze Welt getragen und deswegen können wir uns diesen Giftstoffen leider nicht mehr entziehen. Okay. Dann Nummer zwei, was wäre eine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, vielleicht besser mit diesen Giftstoffen umzugehen, also diese schneller wieder aus der Zelle heraus zu transportieren? Ich nehme an, das ist dann die prämierte, die bevorzugte Methode, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Ja, also heutzutage ist die Entgiftung das Maß aller Dinge. Das heißt, je besser ich entgifte, desto gesünder bin ich im Endeffekt, was das Thema angeht. Und da machen die meisten Menschen die größten Fehler bei der Ernährung, denn das Wichtigste zum Entgiften eines Mitochondriums oder das Wichtigste zum Entgiften von Zellen, das ist die Entgiftung über die Membran möglich zu machen. Also Mitochondrien haben zwei Membranen, die Zelle hat eine Membran und es muss einfach dafür gesorgt werden, dass dieser Austausch funktioniert, von innen nach außen. Das heißt, in der Zelle, wenn was reinkommt, muss es irgendwie auch wieder raus. Und die Membran entscheidet, wie viel rein und raus kommt. Das ist sozusagen das Gehirn der Zelle. Und da muss man wirklich Auge darauf haben, dass dieses Gehirn funktioniert. Und das Allerwichtigste für diese Membran sind die Fettsäuren. Das heißt, viele haben heutzutage in der Ernährung einfach einen Mangel an guten Fettsäuren. Da geht es also nicht um das Bauchfett, sondern geht es um diese wirklich guten, wichtigen Fettsäuren, wie zum Beispiel die Phospholipide, wie Omega-3-Fettsäuren, wie Omega-9-Fettsäuren, wie mittelkettige Triglyceride. Eine Membran ist im Endeffekt, wenn man so will, eine Komposition aus ganz vielen verschiedenen Fettsäuren, wo dann mittendrin noch Proteine eingelagert sind. Und das machen viele falsch, auch in der Ernährung. Das klassische Thema Omega-3, jeder nimmt Omega-3 zu sich, was per se nicht schlecht ist. Aber Omega-3 ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer Membran. Das heißt, nur weil ich Omega-3 nehme, wird meine Membran nicht unbedingt besser. Man hat vielleicht die Möglichkeit, mit Omega-3 den Entzündungsstatus ein bisschen zu senken, das Omega-6-3-Verhältnis etwas zu verbessern. Aber ich kriege per se nicht eine besser funktionierende Membran. Dafür muss ich dafür sorgen, dass die anderen Fette vorhanden sind, also die Phospholipide, die mittelkettigen Fettsäuren, MCT-Fette etc. Und ich muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese Fette nicht oxidiert sind. Das sind wir wieder beim Redox-Status. Und gerade wenn man Giftstoffe aus der Zelle ausschleust, also Giftstoffe sind oft Radikale oder lassen Radikalbildung entstehen. Das heißt, wenn ich ein Quecksilber in der Zelle habe und das geht durch die Membran durch, dann oxidiert dieses Quecksilber in der Regel die Membran. Das heißt, es oxidiert die Fettsäuren. Und dann habe ich also doppelt Probleme, nämlich zum einen habe ich nicht die richtigen Fettsäuren in der Membran, dass das Quecksilber vielleicht durch kann. Und zum anderen habe ich auch noch, wenn das Quecksilber durchgeht, also wenn es noch funktioniert, dann nach einem oxidativen Schaden an der Membran. Das heißt, die Kunst ist dafür zu sorgen, dass meine Membran die richtigen Öle in richtiger Menge bekommt. Deswegen empfehle ich allen Patienten, mindestens ein Phospholipidprodukt zu nehmen, mindestens ein Esslöffel Leinöl, ein Esslöffel Olivenöl, gute Qualität und ein Esslöffel MCT-Öl am Tag. Und mit diesen vier Ölen bin ich dann in der Lage dafür zu sorgen, dass die Bausteine für die Membran habe. Und im nächsten Schritt muss man aber auch dafür sorgen, dass diese Bausteine nicht oxidieren. Also braucht man noch Antioxidantien, zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine, ADEK oder Pflanzenstoffe, die fettlöslich sind, Kokumin zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was man da alles einnehmen kann, also um diese Membran zu schützen. Alphaliponsäure, Q10, also viele, viele Varianten dafür, dass diese Membran eben funktioniert. Und das ist eigentlich das Wichtigste für die Entgiftung. Und dann brauchen die Mitochondrien für die Entgiftung, was auch noch ganz oft übersehen wird, Schwefel. Und da haben wir jetzt gerade in der aktuelle Zeit das Thema, dass ganz, ganz viele Leute NAC-Bunkern, NAC-Tylcystein, so eine Schwefelhaltige Aminosäure, weil das ist eben ein fantastisches, sag ich mal, Molekül, um den Schwefel zu liefern und zum zweiten eben auch antioxidativ zu wirken. Das hat also gleich zwei Effekte. Also da muss man auch noch darauf achten, dass Schwefel in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Und dann bin ich schon mal ganz gut aufgestellt. Das ist so eine Biohacker-Frage. Wir sind ja auch immer so ein Fan von so Grundversicherungen. Aber jetzt ohne einen Test gemacht zu haben und die Werte zu kennen von jemandem, gibt es so jetzt genau noch mal von denen eine Art Grundversicherung, die jeder nehmen kann. Ich denke, was du gerade schon gesagt hast, ein Löffel Leinöl, ein Löffel Olivenöl, ein Löffel MCT-Öl und Omega-3-Phospholipide. Genau, also eigentlich hast du es gerade schon gesagt, aber noch mal für alle, wenn die jetzt sagen, boah, ich habe jetzt zwar noch kein Testergebnis, aber was kann ich jetzt morgen vielleicht mir schon holen? Nochmal die Grundversicherung. Die Grundversicherung sind als erstes die Phospholipide. Da gibt es eine Möglichkeit, die Überlebensmittel zu sich zu nehmen. Das ist nicht jedem sein Lieblingslebensmittel, aber rohe Eier zum Beispiel. Das Eigelb, unfassbar reich an Phospholipiden. Wäre so eine Möglichkeit, den Morgen in seinen Shake reinzutun. Also sollte roh sein, weil wenn das gekocht wird, dann gehen die Strukturen ein bisschen verloren, dass die gut eingebaut werden können. Also funktioniert auch noch bedingt, aber roh, also flüssig ist es sozusagen am wertvollsten. Genau, so ein flüssiges Eigelb beim Spiegelei ist auch wunderbar. Also das ist der eine Schritt und wenn das eben nicht funktioniert, dann halt über Nahrungsergänzungsmittel einfach supplementieren. Dann gibt es klar Leinöl, ganz einfach zu kaufen, MCT-Öl und Olivenöl. Das sind so für mich diese vier Öle, die ich einfach dringend empfehle. Und Schwefel. Und Schwefel kann man entweder Knoblauch, Bärlauch zu sich nehmen, also das sind so, ja, sag ich mal, Möglichkeiten, wie man es mit über die Nährung bekommen kann. Rettich, ja. Also ein paar schwefelhaltige Pflanzen einfach oder Gewürze oder sonstige Lebensmittel nehmen, wo das drin ist. Zwiebeln zum Beispiel haben auch ganz viel Schwefel. Und davon einfach ordentlich in die Lebensmittel zu tun. Oder dann über verschiedene Supplements, Alphaliponsäure, N-Acetylcystin oder sonstige Schwefelverbindungen. Das gibt es ja ganz viel. Ganz viel zu kaufen. Kann man das dann eben auch ausgleichen. Das würde ich für die Entgiftung mal als Grundversorgung betrachten, um die Mitochondrien zu entgiften. Wobei man dann allerdings aufpassen muss, wenn ich jetzt die Mitochondrien in die Zelle entgiftet habe, dann landet natürlich dieses ganze Zeug im Blut. Und da muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Leber funktioniert. Die braucht wieder ganz viel Schwefel. Die braucht auch wieder dann Möglichkeiten, die Giftstoffe zu binden, auszuscheiden, in den Darm zu geben. Und dann habe ich natürlich das nächste Problem, wenn der Darm das alles abkriegt, der braucht ja auch noch wieder die Möglichkeit, das zu binden. Das heißt, der braucht ganz viele Ballaststoffe. Also eine ballaststoffreiche Ernährung ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um Gifte entgiften zu können und nicht nur, um zu mobilisieren. Ja, danke dir. Das werden wir auch nochmal alles in den Shownotes übrigens verwenden. Und zwar unter flowgrade.de slash Folge und dann einfach die Zahl der Folge. Je nachdem, welche das ist, das weiß ich jetzt auswendig gerade nicht. Aber da werden wir es nochmal verlinken. Und ansonsten einfach schauen auf flowgrade.de und nach Christian Burkhardt schauen. Da ist nochmal alles verlinkt. Christian, ja danke. Jetzt haben wir schon echt ganz schön viel. Also das mit den Dronen 1, da war schon mal super. Galactose wieder wahnsinnig viel wertvolle Inhalte in der Episode. Wir haben noch einen Punkt und da können wir dann nämlich gleich auch die Brücke schlagen, was du ja auch visionär schon gestartet hast neben deiner Praxis. Und zwar eben die Firma Mitocare. Wir haben sie gerade schon mal erwähnt. Und zwar geht es um das Auffüllen des Mikronährstoffbedarfs des Einzelnen. Und auch hier würde ich jetzt mal sagen, vielleicht gibt es so ein paar Grundsachen, die jeder einfach mal nehmen kann. Aber ich nehme an, der erste Schritt wäre erstmal zu eruieren, welchen Bedarf man denn eigentlich überhaupt hat. Genau, also wenn man es genau, wenn man es richtig machen will, mein Motto ist messen, machen, messen. Dann gehe ich zum Arzt und messe erstmal das, was man hat. Also sozusagen den Grundzustand messen, ein paar Blutwerte machen. Das gibt schon ab 100 Euro, da ist das möglich. LDH-ISO-Enzyme, M2-PK, das ist nicht wirklich teuer. Also man muss nicht 500 Euro ausgeben. Ab 100 Euro hat man so die ersten Idee, wie das funktioniert. Auch wenn es so einfache Geschichten sind, wie Leberwerterhöhungen, wie Nierenwerte, die nicht stimmen, wenn die Schilddrüsewerte nicht stimmen. Das sind alles schon indirekte Marker, dass meine Zellen nicht richtig funktionieren. Das heißt, ich kann einfach mit dem Standardlabor, das ich beim Hausarzt kriege, wenn da auffällige Werte sind, schon sagen, da ist wahrscheinlich ein Problem. Und dann muss ich eben vielleicht was tun oder man geht jetzt in die Tiefe. Und wenn man dann sich da entscheidet, was zu tun, mein Tipp ist immer, das geht auch im Endeffekt ohne messen, weil das einfach so eine Mischung ist, das Mitochondrien-Formula von Mitocare, weil da sind über 40 Inhaltsstoffe drin. Nichts davon ist zu hoch dosiert. Wer also keine Allergie gegen einen Inhaltsstoff hat, der kann das eigentlich nehmen. Der kann das auch in halber Dosierung am Anfang nehmen, wenn er denkt, dass es dafür zu viel drin ist. Und damit gebe ich meinen Zellen eigentlich eine Grundversorgung. Und wenn ich es dann genauer haben will, wenn ich wissen will, brauche ich Nukleotide, weil meine DNA der Mitochondrien kaputt ist, brauche ich Aminosäuren, weil ich einen Aminosäurenmangel habe, oder brauche ich Mineralstoffe, dann kann ich natürlich dementsprechend noch nachmessen und das bestimmen lassen. Aber mit Mitochondrien-Formula macht man eigentlich nichts falsch. Okay, ja, dann haben wir schon mal die drei Ursachen ganz gut abgearbeitet. Und ja, also auch für mich wieder echt viele Infos. Also ich wusste das sogar mit dem Eigelb, aber dass es die Phospholipide sind, das war mir wieder gar nicht so bewusst. Jetzt ganz zum Schluss würde ich nochmal gerne eingehen, bevor wir dann nochmal darauf eingehen, wo Leute auch mehr über dich herausfinden können. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben wieder Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne auch mal zu dir in die Praxis kommen würden, sich durchchecken lassen würden. Gehen wir gleich darauf ein, bleibt nochmal dran, weil jetzt nochmal einmal ganz grob, natürlich alles, was in den Körper reinkommt, wir haben jetzt sehr viel über auch Supplementierung gesprochen, Ernährung, aber natürlich sind auch andere Umweltfaktoren extrem wichtig. Du weißt, wir haben gerade schon in die Zeitschaft geschaut, ich bin ein großer Fan von Kälte. Welche Lifestyle-Faktoren können denn ebenfalls dabei helfen, die Mitochondrien zu trainieren, vielleicht leistungsfähiger zu machen, generell die mitochondriale Gesundheit zu stärken? Die Mitochondrien brauchen so Energiespitzen. Das heißt, das Training findet im Endeffekt dann statt, wenn der Körper so kurzfristig einfach sagt, du Kraftwerk, ich brauche jetzt mal die doppelte Menge an Energie. Das ist im Endeffekt einer der wichtigen Punkte, um die Mitochondrien zu trainieren, dass man denen jeden Tag mindestens mal für eine Minute, und da reicht eigentlich ein sehr kurzes Intervall, einen maximalen Bedarf meldet. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und einfach auf einen Crosstrainer gehe oder auf irgendein Fitnessgerät oder einfach nur rauslaufen und ich renne einfach mal oder einfach mal 100 Stufen hochrenne, das dauert nur ein oder zwei Minuten, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Reiz, den ich diesen Mitochondrien gebe, dass die dann in diesem Moment sagen, okay, da haben wir jetzt wenig Energie gehabt, das hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir mal versuchen, uns zu verbessern und mehr Energie zu generieren. Und deswegen ist einer der wichtigsten Tipp überhaupt, gebt euren Mitochondrien einmal am Tag, mindestens für eine Minute, wirklich einen Grund, dass die sich regenerieren, dass die sich verbessern. Und da ist natürlich das, was du machst mit Eisbaden, mit Skifahren, in Unterhose, im Schnee, Kältebäder und viele, viele andere Sachen, das ist natürlich ein Traum, weil du setzt eben dadurch diese Reize und das trainiert die Mitochondrien. Jetzt auch noch eine Frage, die mir gerade aufkam, wenn es um Langlebigkeit geht. Du hast ja gerade auch schon im Vorgespräch schon gesagt, du hast mehrere Interessen, zum einen die Mitochondrien, das ist nur eins von vielen, aber auch Langlebigkeit, ein Riesenthema für dich. Macht es denn Sinn, und zwar, ich denke jetzt auch an so extreme Leistungssportler, die dauerhaft auch gut ausschauen wollen, fit bleiben wollen, sich zu stressen? Oder kommt irgendwann der Punkt, dass es zu viel Wert ist, dann zu viel auch vielleicht Stress auf die Mitochondrien dazu führt, dass man schneller altert? Ja, das ist der Klassiker. Also das haben Sportler vor allen Dingen früher extrem oft falsch gemacht. Die haben die Mitochondrien zu stark belastet. Und das ist natürlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also wenn die Nachfrage nach Energie hoch ist, aber das Angebot, die zu produzieren, nicht da ist, dann kommt es eben bei den Mitochondrien zu Fehlern. Das heißt, es werden Radikale erzeugt und diese Radikale wiederum schwächen die Mitochondrien. Das heißt, als Leistungssportler gehe ich über das hinaus, was meine Mitochondrien leisten kann, habe aber dann oftmals vergessen, die Antioxidantien zum Beispiel zu geben, die Phospholipide zu geben, um die Membran der Mitochondrien zu stabilisieren. Und dann entstehen Schäden und die summieren sich natürlich mit jeder weiteren Trainingseinheit, mit jedem weiteren Wettkampf wird es immer mehr. Und im Endeffekt, wenn man sich mal Leistungssportler anschaut, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Leistungssportler, die sind 40 Jahre alt und die sind komplett grau. Die haben komplett graue Haare. Das sieht zwar ganz nett aus, aber das ist natürlich kein Zeichen von einer Gesundheit oder von der Möglichkeit, da zu sagen, der wird mit sich halt alt werden. Und viele alte Leistungssportler, ich kenne kaum Leistungssportler, die 100 geworden sind. Also die bekommen, wenn die das jetzt nicht ändern, dann meistens schon immer alte große Probleme. Nicht nur Verletzungsprobleme, Muskulaturprobleme, Gelenkprobleme, sondern eben auch, die bekommen richtige Anti-Aging-Probleme mit der Zeit. Alles klar. Also was wäre so ein gutes Pensum von vielleicht dem Körper unter Stress setzen und natürlich mit Mikronährstoffen arbeiten, aber um langfristig. Und ich sage mal, jenseits, ich bin jetzt 37, jenseits der 37, weil ich schon merke, also ich kann jetzt nicht mehr vielleicht das Pensum an den Tag legen, wie noch mit Anfang 20 im Leistungsbasketball. Aber ich will ja gleichzeitig auch dauerhaft fit bleiben. Was würdest du so empfehlen? Es gibt ja die sogenannte anaerobische Schwelle. Das heißt, solange wir unter dieser anaeroben Schwelle trainieren, ist die radikalen Bildung relativ gering und die Mitochondin kommen einigermaßen zurecht oder die Zelle kommt einigermaßen damit zurecht. Das heißt, in diesem Bereich zu trainieren, leichter Ausdauersport, leichtes Fitnesstraining, da ist das eigentlich okay, wenn man dann 30, 60, 90 Minuten am Tag trainiert. Es kommt eben darauf an, wenn man wirklich da drüber geht, wenn man in den Wettkampf geht, wenn man max. massiv powert. Auch da kann man täglich trainieren, aber da muss man halt supplementieren, da muss man halt ausgleichen. Da ist dann einfach, die Dosis macht das Gift. Je mehr ich supplementiere, desto mehr kann ich ausgleichen. Das heißt, für dich auch im Alter, du liebst Sport, du musst Sport machen, du brauchst das wahrscheinlich fünfmal die Woche, ist alles kein Problem, aber wenn du viel machst, dann ergänze es mit Supplementen und wenn du Ausdauer machst, dann ist es fein, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Ja, danke. Natürlich lasse ich mich immer regelmäßig bei dir auch durchchecken, um zu schauen, dass alles weiterhin in Ordnung bleibt. Jetzt, Christian, ich weiß, du bist ja auch wahnsinnig umtriebig. Würde man oft gar nicht vermuten, weil du immer so entspannt wirkst. Aber ich weiß, du hast deine Finger an wahnsinnig vielen Projekten, du schreibst an einem Buch aktuell, du hast eine Nährstofffirma gegründet, du hast eine eigene Praxis am Laufen, du bist wahnsinnig aktiv. Wir haben schon davor drüber gesprochen. Was ist denn deine Vision? Wo soll es hingehen? Was könntest du dir, wenn wir, sagen wir, in zehn Jahren zurückblicken, und was muss da passiert sein, dass du sagst, das waren sehr erfolgreiche zehn Jahre? Ja, ich habe eine persönliche Vision, das heißt, es gibt, ich glaube, die ältesten Menschen der Welt, das sind so um die 120 Jahre, da wird ja auch noch ein bisschen diskutiert, wie alt sind sie wirklich geworden. Aber so 120 ist so eine Schwelle, wenn man die erreicht hat, dann kann man sagen, da ist man in den Top 100 der ältesten Menschen der Welt, und da möchte ich auf jeden Fall hin und das mal versuchen, tatsächlich diese 120 zu erreichen, ohne dass man alt und verschrumpelt aussieht, also dass man noch dabei richtig gut aussieht, und einfach zu zeigen, dass es mit Mikronährstoffen, mit gesunder Ernährung, mit Sport, mit Biohacks, dass es möglich ist, dieses Alter zu erreichen. Also das ist sozusagen meine persönliche Vision, das möglich zu machen, ohne dass es einfach Zufall ist oder Glück, dass man dieses Alter erreicht, sondern dass es einfach planbar ist, 120 zu werden. Und für meine Firma und für die Menschen, da habe ich das Motto bei MitoCare, jeder Mensch verdient es, gesund zu sein, da haben wir einfach die Vision, das Leid der Menschen ein bisschen zu lindern und dafür zu sorgen, dass halt, wie viele auch wollen, dass es einfach die Zukunft immer besser wird, mit jeder Generation, dass es den Menschen besser geht und wir dieses Thema Gesundheit, das wollen wir voranbringen. Jeder Mensch hat es verdient, gesund zu sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Christian, und die Erwähnung auch deiner Firma, die kannst du dir noch mir überlassen, weil ich bin ein großer Fan der Produkte und ich habe auch die Wirksamkeit selber erfahren dürfen am eigenen Körper an den Testergebnissen, die ich mir mit dir mache, und zwar die Firma heißt MitoCare, das ist natürlich auch nochmal alles verlinkt bei uns. Wir haben sogar einige Produkte, die wir über Flowgrade anbieten, wie unter anderem das von dir erwähnte Mitochondrien-Formular, weil es einfach bei mir selbst sehr gut anklingt. Und ihr wisst alle, meine Produkte, die ich bei Flowgrade habe, die sind dadurch in den Shop gekommen, weil ich selber diese haben wollte in bester Qualität und mir dann der Gedanke kam, da gibt es bestimmt auch viele da draußen, die auch Lust haben auf diese Produkte. Allerdings, MitoCare hat ja noch wahnsinnig viel. Ich würde allerdings immer vorschlagen, eine Anamnese zu machen und zu schauen. Also wir haben gerade über die Grundversicherung gesprochen, die sind natürlich jederzeit verfügbar. Aber ansonsten immer auch prüfen, die Sachen, die man dann einnimmt, haben die einen Effekt. Eine Vorher-Nachher-Anamnese machen und am besten mit jemandem wie dir vom Fach mal drüber sprechen und diesen Weg mit begleiten. Genau. Christian, jetzt, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will oder mal zu dir in die Praxis kommen will, was ist der beste Weg? Bist du gerade total ausgebucht oder gibt es noch eine Chance, einen Termin zu bekommen? Wir sind immer noch eher unbekannt, deswegen sind wir nicht so ewig lang ausgebucht. Also momentan ist die Vorlaufzeit bei uns im Burnout-Diagnostik-Institut ungefähr vier Wochen. Das heißt, man kann einfach im Internet bei doktolib.de, kann man einfach Burnout-Diagnostik-Institut eingeben und dann kann man einen Termin buchen online. Das ist sehr komod, weil es einfach jederzeit machbar ist und dann einfach vorbeikommen und dann messen wir dann und dann machen wir und dann messen wir wieder. Ja, super. Ja, vielen Dank, dass du mir heute redend angewandt gestanden bist, sagt man das so, gegeben hast. Auf jeden Fall, es war wieder sehr, sehr lehrreich. Ich sehe gerade hier schon die Zeit, wir haben wieder weit über eine Stunde aufgenommen. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lang, bis du das nächste Mal zu mir im Gespräch bist, bei mir im Gespräch bist, so. Und jetzt trinken wir nochmal einen Kaffee und euch alles Gute. Go for Flow. So, vielen Dank und ja, war super, hat mich gefreut, bin gerne hier und komme gerne wieder. Yo, Flowgrader, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere diesen Kanal und verpass keine Folge der Flowgrade Show mehr. Go for Flow.